Ich bin Christoph, ich bin Lasse, ich bin Henry, ich bin Christoph, ich bin Henry und ich bin Lasse. Zusammen sind wir das Schulsprecher-Team, Team Elefantastisch. Lange nicht gesehen, ne? Wie geht's? Gut, gut. Da bist du eigentlich die Schule? Ja, Tatsache habe ich immer ein Andenken bei mir. Ja, hast du von den neuen Schulsprechern gehört? Ja, ja klar. Ja, dat sind ein Haufen von Pappnasen. Vor allem dieses komische Team Elefantastisch. Unfähig, ne? Aber lustig. Naja, was ist denn aus denen geworden? Mal sehen, was wir drauf haben. Nun, da dieses Intro den Grotmoor-Legenden von Grotmin nicht gefallen hat, haben wir uns zusammengesetzt und das beste Wahlprogramm aller Zeiten ausgearbeitet. Hallo, wir sind ja hier mitten in nirgendwo. Ist hier, wo ich jetzt gerne wäre und noch nie vorher war? Im Tillbruch. Ja, dann warten wir auf dich. Dann hast du uns den drüber eröffnet. Wählen Sie uns für die neue Eröffnung des Chill-Rooms. Ho, 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 ho. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich darf das, denn ich muss schnell zum Weihnachtsbasar am Gymnasium Grotmoor. Wählen Sie uns für einen fantastischen Weihnachtsbasar. Ho, der Netflix und Chill-Abend mit euch ist wirklich wundervoll. Ja, wahrhaftig. Und so schön kuschelig. Aber wisst ihr, was noch viel kuscheliger wäre? Ein gemeinsamer Kinobesuch mit der ganzen Schule. Wählen Sie uns für einen Kinobesuch mit der gesamten Schule. Und so schön kuschelig. Damit das nicht mehr passiert, brauchen wir Zielhilfen am Grotmoor. Ermöglicht wird das durch Team Edefantastisch. Wählen Sie uns für effektive Pinkelhilfen. Aber werter Herr, wofür ist denn das alles? Ja. Das? Das ist für das Gymnasium Grotmoor, denn Team Edefantastisch will Hygieneartikel auf Darmtoiletten einführen. Wählen Sie uns für Hygieneartikel auf der Darmtoilette. Wählen Sie uns für Schnieke U-Partys. Wählen Sie uns für Schnieke U-Partys. Ja, das ist natürlich immer so ein Thema, aber wir setzen uns natürlich für alle Schüler ein. Das ist sehr schön. Den wünsche ich auch. Toi, toi, toi. Wählen Sie uns für mehr Kultur am Grotmoor. Ja, und dann sagen wir so, ja, am Montag, den 19. September. Ja, ich weiß, ich will fertig werden. Ja, ja, okay. Am Montag, den 19. September, wählt das Team Edefantastisch. Ja, nicht vergessen. Unter Abstimmung Team Edefantastisch spielen. Genau, auf jeden Fall. Das ist das beste Team. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Okay. Sind wir jetzt fertig? Das ist gut genug fürs Video. Ja, das war's. Na endlich. Auf welches Konto wollten Sie das Geld überweisen?